Schaut euch auf keinen Fall einen Anime mit dem Namen Suzuki Kawasaki Tsunami Tetraeder kubisch raumzentriert an Schon okay, ich kann mir den Namen eh nicht merken Und ja, das Ding ist ein Tetraeder, keine Pyramide Das erkennt man an seiner dreieckigen Grundfläche Egal, weiter geht's Dieser Anime ist einfach nur noch Und dann ist er auch noch Jetzt weiß ich Bescheid Was geht ab, ihr kleinen Schlingel? Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode von Heute habe ich eine ziemlich gruselige Story für euch Anfangs konnte ich sie selbst gar nicht glauben Aber alles deutet darauf hin, dass sie wirklich wahr ist Allerdings muss ich euch warnen Diese hat es wirklich in sich Solltet ihr also nicht so starken Gemüt sein Empfehle ich euch lieber abzuschalten Oh Mann, können diejenigen Die das Haus und Haus im Leichen in Uncut-Version gesehen haben In der Zeit einer rauchen gehen? Das Mädchen scheißt Süßigkeiten Einfach so Und als nächstes passiert das Oh 6,5 Stunden später Was? Oh mein Gott Und als nächstes das auch noch W-w-what the fuck was ich? Und dann bekam sie einen merkwürdigen Anruf Zuerst wollte sie gar nicht rangehen Doch schließlich traute sie sich Auch ich habe vor kurzem so einen Anruf bekommen Bei mir war es ein Abonnent Der mich fragte Warum ich ständig in dieser Stimmlage rede Ich sagte ihm darauf höflich Dass er sich ins Knie ficken soll Und als ob das nicht schon längst genug ist Kommt auch noch Milch raus Er kann Milch aus seinem O-Chi-Chi impressen Was ist hier eigentlich los? Und es scheint ihr sogar noch zu schmecken Oh mein Gott Also wenn diese Scheiße nicht ne Millionen Klicks auf YouTube gibt Dann weiß ich auch nicht mehr Sie legte den Hörer an ihr Ohr Zu hören war eine verzerrte Stimme eines Mannes Dieser sagte zu ihr In sieben Tagen bist du tot Ungefähr so schnell stirbt man auch Wenn man die Videos von meinem guten Freund Koruno sieht Inzwischen Und dann schneidet er einfach die Schädeldecke von ihr runter Und küsst ihr Gehirn Weil er ihren Charakter so geil findet What the fuck? Sohn Was ist denn Papa Senpai? Machst du wieder diese Scheiße für YouTube? Papa Du bist Schande Und dann stürzen sich viele Pico-Söhne auf ihn Doch er nutzt seine letzte Kraft Um einen ehrenvollen Vegeta-Tod zu sterben Moment, habe ich gerade etwa Tube Clash gespoilert? Hm, egal Ihr schaut sich eh nicht an Weil dann nur Let's Player mitmachen, oder? Was? Ihr schaut das schon? Ja gut Ich mach's ja auch Weil es wirklich ne geile Sache ist Genauso geil wie die Videos von meinem Freund Koruno Indem er man in binnen sieben Tagen stirbt Jero denkt wohl wirklich Er kann mit seinen Grusel-Stories Total viele Menschen unterhalten Okay, ich fang jetzt auch damit an Es war einmal Okay, ich hab keine Ideen Das Ganze ist nur ne Parodie Es sollen die Zuschauer, die jetzt glauben So Gott, ich hab gerade ihre Idole beleidigt Das ist nur Spaß Das ist alles hier nur Spaß Ich würd mich natürlich sehr freuen, wenn Kuro und Jero einfach mal reinschreiben In die Kommentare, was sie davon gehalten haben Von dem Ganzen hier War wirklich nur Spaß Also ich hoffe auch, ihr habt den Humor dafür Ich hoffe schon War schon irgendwie lustig, euch zu meditieren Mal was anderes irgendwie Bild, Comment, Cut, klickt da drüben Weitere Parodien Werd mich sehr freuen Es sind echt total coole dabei Mitweilig schon über elf Stücke oder so Könnt ihr mal alle abchecken Sehr cool Falls euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben Und schreibt mal rein in die Kommentare Was, wenn ich noch parodieren könnte Und generell, wie es euch so gefallen hat In der Infokarte, das letzte Video auch verlinkt Haben nicht so ganz so viele gesehen Finde ich ein bisschen schade Es wäre echt ganz schön lustig geworden Und da würde ich sagen Sehen wir uns wieder am Montag vielleicht Ich muss mal gucken Bis dann Leute Ciao, ciao Ich geh jetzt Juhu